Alles klar, dann bitte Daumen, dass Sie die Hinweisung verstanden haben. Sehr gut, dann hebeln auf vorne und viel Spaß. Danke. Halt dich schön, wenn du nicht zu schnell bist, sagst du einfach. Ist das okay? Ja, alles gut. Halt dich schön. Jetzt kannst du gerade hochhalten, dann siehst du uns besser. Ich fahr langsam, ich fahr langsam. Keine Angst, hinten siehst auch keiner. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020